Ihr seht es, heute eine ganz andere Optik. Wir sind zu zweit und ich heiße die Diana. Ganz herzlich willkommen. Hallo Martin. So, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir sind auf dem Weg zu 1000 Abos. Unglaublich. Und wenn du das unterstützen willst, freue ich mich. Denn wie immer geht es hier um Rhetorik, Kommunikation und wie wir besser miteinander reden. Mein Name ist Martin Rettmer und heute geht es mal um die Kommunikation im Alltag. Und Achtung, die Kommunikation unter Frauen. Heute kriegen wir mal raus, wenn Mädels in der Gaststätte-Ecke irgendwo sind und miteinander reden, was da so gequatscht hat. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen und geht es dir gut? Ja, danke. Klasse. Wir haben ja gerade gesagt, wir reden mal darüber, was ihr Mädels da so macht. Wir haben auch im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen. Es interessiert mich mal. Und jetzt wirklich, ihr geht aus, ihr sitzt zu viert am Tisch. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kommt ein Mann in den Raum rein. Also in die Gaststätte rein. Dieser Mann ist adrett gekleidet und er macht die Tür auf. Worauf achtet ihr als allererstes? Da achtet jede Frau auf was anderes, tatsächlich. Also da sind wir sehr unterschiedlich. Worauf achtest du? Ich achte darauf, ob er zum Beispiel seiner Freundin die Tür aufmacht. Der hat gar keine Freundin mit. Der ist Single. Das große Glück, der ist Single. Super. Das ist hauptlos quasi. Ich achte darauf, ob er ordentlich gekleidet ist. Ah, okay. Tatsächlich. Achtung, Kleidung hatten wir gehabt. Schau mal rein. Hier oben Video erster Eindruck. Einfach hier oben verlinkt. Erster Eindruck. Da haben wir natürlich Kleidung gehabt. Okay, dann schaust du darauf, ob der gut gekleidet ist. Also gut gekleidet im Sinne von gepflegt. Okay, alles klar. Das muss keine Markenklamotte sein. Der muss auch nicht Anzug tragen. Aber einfach nur, ob es ordentlich und gepflegt aussieht. Und was passiert dann? Jetzt kommt der rein, der ist gut gekleidet, der setzt sich hin. Du siehst, der ist alleine da. Und was sagt jetzt die Single-Frau? Worauf achts dann weiter? Das ist ja so eine Typfrage dann auch. Also Mimik, Gestik spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn du am Tisch von vier Frauen als Thema einen Mann hast, dann wirst du sehen, das sind ganz, ganz vier unterschiedliche, ganz unterschiedliche Meinungen. Und jeder bringt was anderes ein. Und das macht die Runde in der Frauenrunde so spannend. Wird über den Mann gesprochen? Ja, auch. Ah, okay. Für dich zu wissen. Okay, alles klar. So, jetzt. Und was sind das so für Themen? Los, ich will jetzt aus der Frauenwelt wissen, was sind das für Themen? Nein, das sind Themen, wie er sich benimmt, wie er redet, was er sich zu trinken bestellt manchmal. Das sind manchmal tatsächlich schon Ausschlusskriterien. Ah, okay. Was ist Ausschluss? Die eine Frau trinkt keinen Alkohol. Die andere Frau findet das gut, wenn der Mann ein Bierchen trinkt. Ist ganz, 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 ganz unterschiedlich. Auch der Bewegung, die Bewegung an sich, ob er einen selbstbewussten Eindruck macht, das spielt eine ganz große Rolle auch. Okay. Woran machst du das fest, ob selbstbewusst oder nicht? Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eher das Unterbewusstsein, was das wahrnimmt. Ich kann dir nicht sagen, ob er jetzt einen geraden Gang haben muss oder ob er vielleicht, wenn er zielstrebig, auch etwas zugeht. Okay. Jetzt angenommen der Fall, du merkst, der wirft dir einen Blick zu und lächelt dabei. Was passiert dann? Man lächelt automatisch zurück. Ah, okay. Wenn er der Typ ist, Mann, die man bevorzugt, das ist natürlich schmeichelhaft. Ja, Spiegelneuronen. Spiegelneuronen, wisst ihr, wenn du in eine Richtung lächelst, lächelst du in die andere Richtung. Ja, so ist es. Okay. Das finde ich spannend, weil das Interessante ist wirklich, dass sich ja Männer nicht trauen, in solche Gruppen reinzugehen. Das heißt ja immer, trennen die Kuh von der Herde. Ja, genau. Kennst du es von Two-Darffman? Das stimmt. Und das Spannende ist wirklich, was passiert da, wenn sowas passiert. Als Mann ist erstmal, du bist alleine, siehst dort vier, da ist jetzt eine schöne dabei, was mache ich und so weiter. Würdest du dem Mann empfehlen, eine aus der Gruppe anzusprechen? Ich würde dem Mann empfehlen, auf jeden Fall auf den ganzen Tisch zuzugehen, wenn er eine Frau im Auge hat. Weil das, wenn die Freundinnen mit im Boot sind, hat der Mann schon gewonnen. Okay. Das ist so. Ja, oder natürlich, wenn er alle vier gewinnt, kann er sich die Beste aussuchen. Das ist auch neustisch. Das ist dann im anderen Videothema. Okay, alles klar. Okay, gut. Nein, aber das finde ich immer so interessant, weil du kannst das ja, wenn wir im Eiskaffee oder sonst wo sind, kannst du ja solche Szenen beobachten. Ja, natürlich. Du kannst es in einer Gaststätte beobachten, Disco wahrscheinlich auch, jetzt ewig nicht mehr in der Disco gewesen, aber das ist ja sowas. Leider trauen sich viele Männer da nicht ran. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie das Gefühl haben, gleich beurteilt zu werden. Beurteilt und verurteilt vielleicht auch. Das Spannende ist, es gibt wirklich Studien, die trauen sich deswegen nicht Angst vor dem Korb. Du blamierst dich vor vier Personen. Und das ist so, du gehst da hin und sagst, ey, wollen wir tanzen, kann ich dir ein Gedräng ausgeben? Und dann kommt ein Nein. Und dann ist sofort ein, ich bin abgewertet, ich bin blamiert. Das ist das Spiel. Immer vor der Zurückweisung. Das ist die Angst. Aber mal kleiner Tipp für die Männer, traut euch ruhig. Weil die meisten Frauen, 95 Prozent, nehmen es auch, wenn der Mann einen Korb bekommt, aber immer als Kompliment. 95 Prozent der Verheirateten gehen eben auch das Angebot an. Das kann natürlich auch sein. Da kennst du die Statistik besser. Nein, aber das ist super spannend. Deswegen, ihr wisst, in der Kommunikation gibt es so viele Dinge, auf die es zu achten gibt. Und jetzt wollen wir doch einfach mal sehen, wir hatten das Thema gehabt, Körpersprache. Worauf gibt es zu achten? Wir haben das Thema gehabt, wie kann ich mit Fragen arbeiten und so weiter. Aber da seht ihr mal, wie das wirklich wirkt. Und hier geht es wieder darum, habe Selbstvertrauen. Wenn du nochmal gucken möchtest, Selbstvertrauen am Telefon, Selbstvertrauen, ich mache dir hier oben nochmal ein Video rein, dass du nochmal schauen kannst, ob da was für dich dabei ist. Weil das ist ungemein wichtig, hier zu wissen, hey, immer wieder rangehen. Ich sage es zu meiner Tochter gerne, wenn du tausend Spaghetti an die Wand haust, bleiben garantiert, welche hängen. Und genauso ist das, je mehr Ansprachen du machst, desto mehr bleibt hängen. Ob bei Kunden, ob bei Frauen, was immer du möchtest. Lass uns doch mal eins machen, wenn wir jetzt zur Ansprache kommen. Ja. Welcher Spruch geht gar nicht? Welcher Spruch geht gar nicht? Oh, da gibt es so viele, die überhaupt nicht gehen. Aber was Plattes. Was Plattes. Also etwas, was gleich auf Anmache hindeutet. Am besten etwas ganz Neutrales, womit er alle Frauen erstmal anspricht. Macht ihr hier einen Mädelsabend? Oder hier ist ja gute Stimmung. Was trinkt ihr gerade? Ja, super. Also übrigens, das wäre etwas für mich, das muss ich jetzt auch sagen. Stell mal vor, ich komme da hin, da stehen Getränke. Was trinkt ihr gerade? Wer das nicht erkennt, der ist doch gleich disqualifiziert, oder? Naja, aber die Cocktails kenne ich nicht alle auswendig. Okay, die Säufer schon. Ja, ach so. Aber was auch ist, deswegen, das sind alles geschlossene Fragen. Ja, da kommt ein Ja oder Nein. Achtung, Fragen, verlinke ich dir auch nochmal, Fragetechniken. Da haben wir zum Beispiel, ich würde damit eine offene Frage ein. Hey Mädels, hier gute Stimmung, finde ich zum Beispiel klasse. Wie geht es euch? Was macht ihr heute? Ja, zum Beispiel. Also offen, dass wirklich eine Antwort kommen kann. Aber es betrifft dann ja halt auch alle Mädels, die am Tisch sitzen. Ist es, sicherlich. So, und das ist erstmal so, und dann geht das Gespräch von alleine weiter. Du weißt ja, Frauen müssen ihre Wörter loswerden. Natürlich, natürlich. Da springen wir sofort zur Hilfe. Und nach Charlie Sheen und nicht mit einer zufrieden geben, die man mehr haben kann. Sozusagen. So ist es. Okay, super. Aber das bedeutet wirklich den Mut zu haben, anzusprechen. Ja, auf jeden Fall. Und dann mit einem, nicht irgendwie einen Spruch, sondern wirklich als Mensch rankommen, eine Frage stellen, also einfach wirklich rüberkommen und ganz ein Gespräch suchen. Genau, locker. Okay, alles klar. Es darf nicht gleich offensichtlich sein. Ja, okay, alles klar. Super. Denn ganz ehrlich, man bringt ja auch im wahren Leben mal irgendwie einen Spruch zum Kollegen oder zu einer Kollegin. Das hat ja auch nicht immer gleich das zum Ziel, dass man dann näheren Kontakt knüpfen möchte. Von daher gesehen einfach was Neutrales. Und der Rest ergibt sich. Das wäre nämlich genau meine Frage jetzt. Ergibt sich der Rest? Ist es dann so, dass der sich zum Beispiel zu der Frauengruppe dazusetzen würde oder würde das an so einem Mädelsamt störend sein? Das kommt darauf an, wie er die Eröffnung hinbekommt. Okay. Wenn das gleich auf Sympathie stößt, kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass man mal sagt, Mensch, dann trink doch eine Runde mit uns. Das Thema Sympathie haben wir auch gerade in einem Video gemacht. Die Frage ist, woran würdest du jetzt, weißt du was, ich verlinke dir auch Sympathie. Ich muss mal aufpassen, was ich alles verlinke. Ist ja unglaublich. Sympathie, woran würdest du jetzt beim Mann das Thema Sympathie, woran machst du es fest, dass der sympathisch ist? Am Lächeln. Okay. Am Gesichtsausdruck. Und was mich immer ganz beeindruckt ist, die Körpersprache. Okay. Ob er nervös ist. Nervös macht immer, das ist jetzt kein Hinderungsgrund, um Sympathie zu empfinden, aber es macht halt einen unsicheren Eindruck. Klasse. Richtig cool. In dem Video sofort sympathischer wirken, was ich dir eben verlinkt habe. Ja, war genau das drin. Lächeln. Dann denk dran, was ich gesagt habe, gleiches Maß schafft gleiches Gefühl. Sympathie schafft Sympathie. Wenn du sicher bist und ich hüpple so rum, dann ist die Sympathie nicht gegeben. Wenn du da absolut sicher und entspannt sitzt, möchtest du genau das Gleiche haben. Und das andere war, dritte Punkt war noch, sei kein Schlauschiss. Das ist auch noch sowas von Dingen, alles besser wissen. Ja, das ist auch noch sowas. Das Gespräch ist ja schnell beendet. Ihr trinkt hier diesen Cocktail, ihr wisst, dass da das und das drin ist und dass man schlechte Haut will. Kein Mensch, rede nicht über Nierenprobleme am Tisch. Aber das ist spannend, oder? Ihr seht, die Videos, die ich mache, sind gar nicht so schlecht. Also deswegen, wenn du sagst, hey, ist interessant, immer wieder denken, abonnieren, dass du immer auf dem aktuellen Stand bleibst. Aber jetzt machen wir weiter. Er ist sympathisch. Welche Frage, jetzt gehen wir richtig rein, welche Frage musst du stellen, damit du ein Date bekommt mit der Frau? Naja, erstmal bleibt ja abzuklären, ob ich überhaupt verfügbar wäre. Biste. Da steht schon fest. Ja, das ist jetzt Voraussetzung. Ganz ehrlich, eine ganz ehrliche, offene, oder eigentlich ist es ja eine geschlossene Frage, die ehrliche Frage, ob man sich nicht mich vielleicht mal auf einen Kaffee treffen könnte. Schön, okay. Einfach gerade, straight, und wenn der Mann mir sympathisch ist, bekommt er ein Ja. Okay. Ich schlage vor, mit dem Ja steigen wir aus. Mir ist wichtig, du hast mal mitbekommen, was du alles erreichen kannst, wenn du einfach offen kommunizierst, wenn du sagst, ja, ich weiß, was ich will, ich will ansprechen, ich bin mutig, dann sympathisch sein. Video habe ich dir verlinkt. Und jetzt wissen wir zumindest ein bisschen besser, was in der Frauenwelt los ist. Okay, herzlichen Dank, dass du das mitgemacht hast. Sehr gerne. Vielen Dank für deine offenen Antworten. Wir werden uns nochmal im Video sehen, wird noch ein bisschen dauern. Du arbeitest als Ernährungsberaterin. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass meine Gesprächspartner sich hier auch vorstellen können und so weiter. Aber du sagtest, ein bisschen brauchst du noch. Ja, ein bisschen brauchst du noch. Und dann geht es in Richtung Ernährungsberatung. Bin ich auch sehr gespannt, was wir machen, damit wir nicht nur sympathisch sind, sondern auch körperlich attraktiv. Und dann werden wir nochmal ein Interview in diese Richtung machen. Wird ein bisschen dauern. Wenn dir das gefallen hat, schreib es gerne in die Kommentare rein. Gerne Daumen hoch, sodass möglichst viele das sehen können. Und ich freue mich auf unseren nächsten Termin und sage ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Tschüss, macht's gut.